Herzlich Willkommen Let's have a look at Shank You a fight man? Not from this wrestler I heard you were dead You heard wrong I hate to be wrong Get him I don't know I don't know I can't I don't know 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 Okay, let's understand He got away Shank, Shank is back Yeah, that's it Whoever kills him, will have my gratitude And their handsome I don't know I don't know I don't know I don't know Actually No, I don't know Ich mach aber doch hier Ich kann's doch gar nicht abkönnen Boah Wir können einfach so Wände hochlaufen Den zersägen wir mal kurz Der lässt sich aber nur ungeheine zersägen Komm Ich laufe jetzt bestimmt nicht noch mit zu dir Aha, gut Wie funktioniert das denn? Hm Ich weiß es noch nicht Ah ja Das geht auch ohne gehen Ja, diese tollen Kombos sind ja wirklich eher für ein Gamepad gemacht, denke ich Generell ist es hier gerade nicht so einfach Ich müsste mir die Tasten vielleicht noch einlegen Oder nicht einfach erstmal An das gesamte Gameplay gewinnen Das kriegen wir hier glaube ich gerade ganz schön auf dem Äh Nix Autsch Das ist eine schöne Attacke Jetzt haben wir zwei auch schon besiegt Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir auch nicht hier wieder platt gemacht werden Diese Muskeltypen Wir haben uns dann mit Tränk fallen gelassen, dass wir ja leider nicht zu uns nehmen können, weil ich da zu Örg bin Ja, bin ich Tja Oh Was ist das? Huh Hui Nenkt, wie erinnert mich dieser Typ irgendwie, ne? Dieser mit der Käpt'n Boah Ne tolle Kombo Da steht auch nochmal auf, komm her Das war keine gute Idee Man sollte nicht einfach so irgendwelche Wände runterspringen Wieder was gelernt Das kennen wir jetzt mittlerweile schon Und springen und zack Und springen und zack Na cool, wenn wir die da runterschmeißen könnten Und der hat's hinter sich So können wir die runterschmeißen Ach Wie doch Ja, der kann noch ein bisschen Zack, zack, zack Hui Na Bam Gerade ein Erfolg freigeschaltet, sehe ich da Erfolg ist doch was Schönes, oder? Hold to guard Okay Was auch immer Diesen Knopf können wir nicht benutzen Mit dem ich angestellt habe Da rechts, ich hab gerade das erste Mal gesehen, dass da rechts oben die Lebensanzeige von den Gegnern ist Das ist praktisch, wenn man sieht, wie viele noch aushalten, wobei das natürlich nichts ändert Eigentlich, aber Eigentlich, aber Schattenkämpfer Gott, auch noch mal extra viel Blut Diese großen Typen hier gefallen mir überhaupt nicht Aber dieser Typ mit der Pistole, der uns jedes Mal trifft So Na Das müsste ja irgendwann passieren Ups Will ich unendlich leben? Wahrscheinlich schon, ne? Piu Na, wir werden einfach niedergesägt Aber cool, dass die, äh, das Interieur auch ein bisschen leidet, wenn wir hier mit der Kettensäge spielen Ja, Spaß, wenn viel kaputt geht Gut, schön Mö Ja, generell komme ich im Moment eigentlich irgendwie weniger dazu, so neue Folgen aufzunehmen, was ein bisschen schade ist Aber ich hab einfach echt keine Zeit dafür An dem Fall noch ein paar andere Sachen, die ich machen muss Leider Ich bin natürlich viel lieber den ganzen Tag hier, äh, beim Rechner hängen und irgendwelche Sachen testen Die Spiele spielen Aber so geht das leider nicht Zack, 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 zack Greer, greer Oh, greer, greer Stimmt aber auch, guck Zack, 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 zack Schau Mal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwie... Nein, wir können diesen... diesen Trunk nicht... trinken Da sind Granaten, ich will Granaten Ja, hm Ziemlich viele coole Tricks, da halt echt so ein Atmos-Masher hier, weil man wild irgendwelche Knöpfe drücken, und dabei irgendwelche tollen Kombos fabrizieren. Gefällt das nicht, dass wir nur noch so wenig Energie haben, wir können da aber nichts geglafen rein, ne? Das klingt ja flottend mit den Typen da. Dann gucken wir, wie lange wir das hier aushalten, mit so wenig Energie. Oh, da ist irgendwas zu groß hier. Mit Video und so. Und da ist der Wrestler. Ich zweifel, dass wir das jetzt im ersten Anlauf schaffen, weil wir ja nur so wenig Energie und da war's das schon. Aber jetzt haben wir bessere Chancen hier. Oh! Oh! Ah! Oh! ein bisschen mehr Ruhe vielleicht reinbringen in das Ganze, dann klappt das auch da kommt jetzt der Wrestler wieder vereinbaren wir uns mal, dass wir den hier schnell besiegen und das mit den Schusswaffen ist ja allgemein nicht so cool eigentlich wie wir uns dann noch aus der Ferne angreifen können einen habe ich gerade besiegt und zwar ach, was soll das? wir können doch noch irgendwie Granaten schmeißen, ne? wir haben ja 3 Granaten da oben in dem Menü die müssten wir dann ja auch irgendwie dann auch einlassen können aber können wir mal aufpassen, sonst ist es ja gleich wieder gut zu ändern den haben wir auch ne, den haben wir noch nicht dann kommt schon direkt der Nächste, natürlich wie soll das auch nicht sein den Big Boy haben wir auch geschafft und jetzt bleibt also nur noch er hoffe ich mal, dass wir das schaffen, ohne dass er uns Scheiden zufügt, weil wir so gut wie tot sind uh, das war ne ganz schön knappe Sache ja dann geht's back up, hui und ab in die Arena von der Arena die Arena die Arena die Arena zuh, die Arena Das versuchen wir doch mal. Hier müssen wir das natürlich jetzt auch ohne Tränke schocken. Könnt ihr auch mal gerade in die Options gehen, bitte nicht. Aber das wäre zu einfach, ne? Das wäre viel zu einfach. Das ist ganz schön riesig, der Typ. Ich guck mal gerade in die Options. Help and Options. Controls. Das interessiert euch jetzt überhaupt nicht. Ich weiß, aber... Grapple Ride Control. Hm. Grenade-Eingabe. Ja, dann schauen wir mal, ob wir gleich hier mal... irgendwie an unser Getränk da dran kommen. Er hat ja auch jetzt schon gut was verloren. Eine Granate haben wir noch, dann werfen wir irgendwie noch zu. Da hat er auch große Freude dran offensichtlich. Oh. Dann fährt er direkt wieder in der Wand. 17 Kopf. 22er Hit-Kombo. Jetzt haben wir ihn gleich besiegt. solange er jetzt keine ganz heftigen Attacken auspackt. Was ist das denn? Und da haben wir es. Was ist denn da los? Hallo? Das ist jetzt ein Bug. Wir hätten uns auch hier oben... Da kommt noch irgend so ein Zeichen. Da soll da... Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Gucken wir mal nach, ob wir die... Wird das in den Options finden. Controls. Grapple. Right Control. Mhm. Ah. Na bitte. Ja, das war äh... War's das schon? Machen wir noch ein bisschen weiter. Hm. Ja. Schwierig, schwierig. Ich würde sagen... Wir beenden das hier erstmal. Können wir hier irgendwo... Safe ist schon. Exit Game. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Pause. Ich überleg mir dann, ob wir das hier vielleicht zu einem Let's Play machen sollten. Oder ob wir einfach den zweiten Teil Let's Play machen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, danke für's Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.